Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Vor allem willkommen zurück, wenn Sie die anderen Videos schon geschaut haben. Aktivtausch, Passivtausch, Aktiv-Passivmehrung, Aktiv-Passivminderung. Ich fasse das alles noch einmal hier zusammen. Wir sind in der Bilanz mit Aktiv- und Passivseite, mit Mittelherkunft, Passivseite, Mittelverwendung, Aktivseite. Auf der Aktivseite steht das Vermögen strukturiert in Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Aktivtausch ist eine Veränderung der Vermögensstruktur. Hier steht Vermögen, Vermögen. Das Vermögen ändert seine Daseinsform, zum Beispiel vom Umlaufvermögen zum Anlagevermögen. Das ist der häufigere Fall. Passivtausch heißt, das Kapital ändert seine Struktur. Zum Beispiel, wie in dem Beispiel in dem Video, eine Umschuldung von einer kurzfristigen Verbindlichkeit zu einer langfristigen Verbindlichkeit. Das Kapital ändert seine Daseinsform. Die Bilanzsumme bleibt unverändert. Aktiv-Passivmehrung bedeutet, auf der Aktivseite eine Mehrung und in gleicher Höhe eine Mehrung auf der Passivseite. Die Bilanzsumme erhöht sich. Aktiv-Passiv-Minderung bedeutet, eine Minderung auf der Aktivseite, eine Minderung auf der Passivseite in gleicher Höhe. Die Bilanzsumme verringert sich. Und das ist schon alles. Das sind vier, Strukturzahl vier, vier bilanztechnische Vorgänge. Mehr gibt es nicht. Das ist alles, was in der Bilanz passieren kann. Aktivtausch ist eine vertikale. Aktivtausch passiert nur auf der Aktivseite, ist also vertikal. Passivtausch passiert nur auf der Passivseite, ist vertikal. Aktiv-Passiv-Mehrung ist horizontal. Aktiv-Passiv-Horizontal, also von hier Aktiv-Passiv-Mehrung oder ebenfalls horizontal Aktiv-Passiv-Minderung. Das ist der Unterschied. Aktivtausch auf Passivtausch. Aktivtausch. Und Passivtausch ist vertikal. Entweder nur auf der Aktivseite oder nur auf der Passivseite. Aktiv-Passiv-Mehrung oder Minderung ist horizontal. Betrifft also Aktiv- und Passivseite. Das war's. Schauen Sie in meinen Shop, wenn Sie leicht, schnell, effizient lernen wollen. Wenn Sie aus Ihren Verwirrungszuständen raus wollen, in die Sie viele Bücher und auch viele Lehrveranstaltungen bringen. Wenn Sie endlich Klarheit haben wollen, wenn Sie Zeit sparen wollen, wenn Sie mehr Zeit für andere Dinge wollen, schauen Sie bei spaßleindenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.